In der modernen Medizin und Zahnmedizin spielen Prothesen eine wichtige Rolle, um Patienten zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Ob es sich um Zahnprothesen, Gelenkprothesen oder andere Arten von Prothesen handelt, die richtige Anpassung und Passform sind entscheidend F1,4R den Komfort und die Funktionalität des Patienten. In diesem Video werden wir uns auf die Prothesen Herstellung konzentrieren und wie die Anpassung der Prothetik F1,4R mehr Komfort und Lebensqualität sorgen kann. Die richtige Anpassung der Prothetik umfasst verschiedene Schritte und Prozesse, die von Fachleuten durch Gefahr ein Viertel HRT werden mal ein Viertel SN. Dies umfasst die genaue Messung und Abformung des zu ersetzenden KAPR-Teils, die Auswahl der richtigen Materialien und die meigeschneiderte Anpassung der Prothese an den individuellen KAPR des Patienten. Ein wichtiger Aspekt bei der Anpassung von Prothesen ist die Bärer-Einviertel-Gesichtigung des Komforts des Patienten. Eine gut angepasste Prothese sollte nicht nur funktional sein, sondern auch bequem zu tragen und keine Schmerzen oder Beschwerden verursachen. Die Anpassung der Prothetik beginnt in der Regel mit einer GAA ein Viertel endlichen Untersuchung und Diagnose des Patienten. Der Fachmann muss den Zustand des zu ersetzenden KAPR-Teils bewerten und feststellen, welche Art von Prothese am besten geeignet ist. Dies kann je nach dem individuellen Bärer-Einviertel-Fnissen und Umsterdehn des Patienten variieren. Nach der Diagnose erfolgt die genaue Messung und Abformung des KAPR-Teils, um eine meigeschneiderte Prothese herzustellen. Hierbei ist Präzision und Sorgfalt erforderlich, um sicherzustellen, dass die Prothese genau passt und optimalen Komfort bietet. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Anpassung von Prothesen ist die Auswahl der richtigen Materialien. Moderne Prothesen werden in der Regel aus hochwertigen und langlebigen Materialien hergestellt, die sowohl stabil als auch leicht sind. Dies ärmer glicht es dem Patienten, die Prothese bequem zu tragen und sie leicht in den Alltag zu integrieren. Die Wahl des richtigen Materials HNGT auch von der Art der Prothese ab und davon, welchen Zweck sie er vereinfierteln soll. Zum Beispiel sind Zahnprothesen oft aus Keramik oder Kunststoff, wahrend Gelenkprothesen aus Metalllegierungen hergestellt sein kann ihn. Nachdem die Prothese hergestellt wurde, ist eine genaue Anpassung und Feinabstimmung erforderlich, um sicherzustellen, dass sie perfekt passt und den maximalen Komfort bietet. Dies kann durch die Verwendung von speziellen Polstern, Einlagen oder anderen Hilfsmitteln erreicht werden. Oft ist es auch notwendig, die Prothese regelmäßig anzupassen oder zu reparieren, um sicherzustellen, dass sie optimal funktioniert und keine Beschwerden verursacht. FA-1-Viertel eher viele Patienten kann eine gut angepasste Prothese einen groanen Unterschied in ihrem Leben machen. Eine Prothese, die gut passt und bequem ist, ärmer glicht es ihnen, alltägliche Aktivitäten zu genialen und ein normales Leben zu FA-1-Viertel werden. Sie kann in Essen, Sprechen, Lachen und sich bewegen, ohne starrendig an ihre Prothese denken zu MA-1-Viertel-SN. Dies trage T zu einer verbesserten Lebensqualität und einem Gefahr-1-Viertel-Heil der Normalität bei, dass FA-1-Viertel-R viele Patienten von unschatzbarem Wert isst. Insgesamt ist die Anpassung der Prothetik FA-1-Viertel-R mehr Komfort und Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Fachleute auf dem Gebiet der Prothesenherstellung spielen eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass Patienten die bestmögliche Versorgung erhalten. Durch genaue Messungen, die Auswahl der richtigen Materialien und eine sorgverältige Anpassung kann in Prothesen so hergestellt werden, dass sie den individuellen Bäder-1-Viertel-Fnissen und Anforderungen der Patienten entsprechen. So kann den Patienten mit Prothesen nicht nur ihre Funktionen wiedererlangen, sondern auch ein aktives und R-V-1-Viertel-LTS-Leben FA-1-Viertel-Rennen.